moin leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf dem kanal learning by watching und ja wir beschäftigen uns heute mal mit dem sogenannten nci also falls sich für das heutige video interessiert bleibt doch gerne mal bis zum ende dran und dann fangen wir direkt mal an heute mit dem nci zunächst einmal natürlich stellen wir uns die frage was ist denn überhaupt so ein nci und warum muss ich das ganze lernen dazu ist euch bestimmt schon mal aufgefallen dass der nci schon ziemlich ähnlich zumindest klingt wie der aci und das stimmt natürlich auch wenn wir uns nämlich angucken welche bestandteile gibt es hier der nci ist nämlich eine abkürzung wieder für eine satzstruktur und diese ist eben ausgesprochen nominativus cum infinitivo wir kennen das ganze ja schon mit dem akkursativ cum infinitivo hier aber wie gesagt eben dieser nominativus deswegen auch nci statt aci und um das ganze noch zu verstehen müssen wir natürlich auch die ganzen bestandteile nochmal wiederholen denn die bestandteile sind zwar schon ziemlich ähnlich zum aci aber hier gibt es doch ein zwei unterschiede die man auf jeden fall kennen sollte zunächst einmal ist natürlich klar dass es statt einem akkusativ hier eine nominativ braucht denn wir haben ja nominativus cum infinitivo dazu brauchen wir dann natürlich noch ein infinitiv wie auch der name der satzkonstruktion ist schon vermuten lässt und dann brauchen wir noch wichtig ein verb im passiv in der dritten person hier ist wichtig das müsst ihr euch auf jeden fall merken wir haben nicht wie beim aci ein kopf verb das wir brauchen um die satzkonstruktion einzuleiten sondern um die satzkonstruktion hier einzuleiten beim nci brauchen wir ein verb das im passiv steht in der dritten person die besonderheit hierbei warum wir das ganze nicht einfach so übersetzen wie in ganz normalen satz der eben einfach im passiv steht mit dem infinitiv und nominativ ist hierbei eben dass man den nci nicht wörtlich übersetzen kann also man muss das ganze freier übersetzen denn wenn man es wörtlich übersetzen würde könnte man das ganze nicht schön bzw auch einfach nicht richtig grammatikalisch im deutschen machen hierbei ist dann auch noch mal wichtig einfach für euch zu wissen dass die übersetzung dabei immer mit dem verb im passiv eingeleitet wird also so wie wir das ganze auch sehen beispielsweise bei einem aci mit dem kopf verb dass das ganze einleitet haben wir das hier eben mit dem verb im passiv das in der dritten person steht auch noch mal dazu der nci ist nicht wirklich schwer und der nci kommt auch nicht so häufig vor wenn er mal vorkommt dann ist es wichtig dass ihr so einzelne begriffe kennt die werden wir ganz am ende noch mal wiederholen diese begriffe lernt ihr am besten auswendig das sind verben die eben dann freier übersetzt werden und diese freie übersetzung ist im prinzip jetzt wie vokabel lernen und wenn ihr dann eben seht okay wir haben nci hier dann werdet ihr so 56 werben haben die dann immer dort stehen und wenn ihr die dann auswendig gelernt habt dann ist das ganze eigentlich gar kein problem ihr müsst nur einmal die struktur kennenlernen und dann diese begriffe auswendig lernen dann habt ihr das ganze eigentlich auch gemeistert gucken wir uns dazu mal ein beispiel an wie sieht jetzt hier so ein satz aus wir haben jetzt hier mal einen kurzen nci und zwar caesar imperator magnus fuisse videtur videtur werdet ihr sehr sehr häufig bei nci sehen aber wir können videre jetzt hier nicht als sehen übersetzen sondern müssen das ganze gleich freier übersetzen mit einem anderen vokabel zunächst einmal wie immer prädikat finden und das ist hier ist in dem fall dritte person singular von videre also videtur danach ist natürlich der nominativ dran und das ist hier in dem fall caesar und dazu ist an einer kng konkurrenz noch imperator magnus dann müssen wir noch natürlich unseren infinitiv finden und das ist fuisse dann übersetzen wir das ganze einfach mal und zwar wir haben hier videtur also wir fangen wie gerade eben schon gesagt mit videtur an caesar scheint warum benutzen wir jetzt hier scheint wenn ihr videtur in einem nci seht dann heißt es immer er sie es scheint also die passivform werdet ihr auch vielleicht mal in einem vokabelbuch sehen dort steht dann ebenfalls wenn videtur mit einem nominativ steht dann wird das ganze übersetzt mit scheinen also caesar scheint hier in dem fall denn wir haben caesar als unseren nominativ bzw als unser subjekt und dann eben videtur in der dritten person singular passiv bezieht sich dann auf caesar also caesar scheint diese einleitung sehen wir hier unten auch schon also caesar scheint leiten wir unseren nci ein dann haben wir noch imperator magnus fuisse und dort wird eben dann wieder auf rum fuisse zu unserem prädikat in dem nebensatz und dann kann man das ganze auch übersetzen imperator magnus ein großer feldherr gewesen zu sein gewesen zu sein hier wegen fuisse also vergangenheit caesar scheint aber wiederum ist präsenz also hier haben wir wiederum eine vorzeitigkeit das ganze einfach übersetzt es ist nicht wirklich schwierig das schwierige finde ich eigentlich nur dass man einmal versteht dass ich videtur hier auf caesar bezieht und das videtur hier dann auch nicht als sehen übersetzt wird sondern videtur hier als scheinen übersetzt wird das scheinen das muss mal einfach auswendig lernen und diese begriffe gucken wir uns mal an diese werben müsst ihr auf jeden fall mal auswendig lernen damit ihr für den nci gut gewappnet zeit zum beispiel wenn ihr fährt mit einem nci seht dann heißt er sie es soll videtur wie wir eben schon gesehen haben heißt er sie es scheint die key tour heißt er sie es soll und putar tour heißt er sie es wird gehalten für putar heißt eigentlich glauben aber im passiv in der dritten person heißt es dann er sie es wird gehalten für also diese vokabeln müsst ihr auf jeden fall auswendig lernen dann werdet ihr schon eigentlich 80 90 prozent aller nci ist frei übersetzen können ansonsten wenn ihr eben ein nci mit einem werb sieht dass sie noch nicht kennt und dass sie noch nicht auswendig gelernt habt versucht es einfach so gut wie möglich den sinn heraus zu bekommen und meistens dann eben in der dritten person also im passiv ein werb zu benutzen das auf jeden fall im deutschen schöner klingt als es jetzt das zum beispiel bei einer wörtlichen übersetzung tut aber eben diesen sinn müsst ihr versuchen so gut wie möglich ins deutsche zu bringen das war es auch mit dem kurzen video zum nci falls ich euch damit helfen konnte würde ich mich selber ein abo und über ein like freuen ansonsten guckt auch gerne auf meiner website vorbei dort gibt es weitere videos und weitere info materialien zu latein ansonsten sehen wir uns auch gerne auch in einem meiner anderen videos wieder bis dahin haut rein und ciao